Oh. Hallo. Hallo, Entschuldigung. Hallo? Macht nichts. Also, ich bin Jay. Und ich sammle Geschichten. Das mache ich von Montags bis Freitags und am Wochenende habe ich frei. Ich kriege immer diese Umschläge hier. Und da sind Hinweise drin. Und die fühle mich zu Orten. Und an den Orten finde ich dann meine Geschichte. So wie bei euch. Das heißt, hier irgendwo muss unsere Geschichte sein. Wo? Da. Das ist Plastik. Das ist Plastik. Wusstest du eigentlich, dass ich auch meine Geschichte im Müll gefunden habe? Ja, ich finde auch jeden Tag Geschichten. Nein, wirklich. Rennen. Wo ist die? Oh. Hier, guck, das war da drin. Wow. Das ist ja ein tolles Bild. Ich lesen. Das ist Rubel. Rubel. Ja, Rubel. Rubel. Noch ein Umschlag. Mensch, heute ist ja was los, Kerstin. Ja. Tja. Oh. Ja. 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 Vielen Dank.